Als US-Rapper X uns verlassen hat, hat er eine große Lehre nicht nur bei seinen Fans hinterlassen, sondern auch bei seiner Familie und alle, die ihm nahe stehen. Sein Sohn erblickt die Welt, als der Rapper bereits nicht mehr da ist. Seine Mutter zieht ihn ganz alleine groß und lässt niemanden zu nah an den Sohn ran. Dabei hat die Familie von X auch ein Anrecht, ihn mal zu sehen oder mit ihm zu spielen. Dies wird der Familie von X verwehrt. Mittlerweile profitieren viele von dem Rapper und seinem Geld, aber viel Drama gibt es hinter den Kulissen. Zum Beispiel erklärt der Vater von X, dass er eigentlich ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn hatte, bis zu dem Tag, wo er dann starb. Auch er will gerne seinen Enkel sehen, mit ihm spielen, ihn halten oder mit ihm reden. Immerhin ist sein Enkel auch ein Teil von seinem Sohn und aus dem Grund bittet er jetzt die Mutter ganz öffentlich, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Er findet es nicht fair, dass er seinen Enkel nicht sehen darf. Hier, schaut es euch an. Wir alle waren einmal eine Familie und wir alle waren einmal cool. Wenn du und ich, wir sprachen, bis zum Tag, er stirbt, wir liebten ihn. Wir liebten ihn, wie er emotional war, wie er war. Du und ich, wir spielten conversations. Und wenn du und ich sprach, alles war . Du sagst mir, wir haben noch mehr Bonds und noch mehr Ties in der Welt, die wir noch nicht tun, weil wir beide sind. Wir beide sind ein Grandsons. Wir beide sind ein Grandsons. Und zu Genesis Sanchez, du, um, du bräuchst einen Arnfreude. Freund. You know what I mean? This is my, this is my reaching out to you, Mrs. Genesis Sanchez, the mother of my grandson. I would love to meet you all, like, in person. I have not gotten a piece of my son yet, meaning my grandson is the, is what's left of my son. And it would be an honor to meet this little young man, who bears both of our last names. And my son's first name. And his image and his likeness and his face and your face. I would love to meet you all in Jamaica or wherever. You know what I mean? An die Rap Check Community. Jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Findet ihr es unfair, dass er seinen Enkel nicht sehen darf? Und vermisst ihr den Rapper X? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.